hallo liebe video freunde servus und grüß gott ja corona wie geht es uns mit corona wir mir jetzt lange von uns nichts hören lassen es gab zum ersten gab es nichts also wir haben ja dann keine tour mehr mit piccolino gemacht weil wir haben ihn dann sauber gemacht fertig gemacht und michael hat ihnen dann inspektion oder wie eine inspektion ist also fix fertig gemacht und das war anfang januar ja und seitdem ist er jetzt im winterschlaf weil es gab nichts zum hinfahren irgendwo und dann wir wollten auch nicht noch mal einräumen und dann wieder ausräumen und dann haben wir gesagt er bleibt jetzt und dann haben wir zum verkauf freigegeben und hatten auch einige interessenten und es kam aber dann letztendlich kam es nicht zum endgültigen verkauf weil dann doch immer wieder sind welche abgesprungen ja und dann kam corona und ja dann konnten wir es ja erstmal jetzt völlig vergessen weil zum einen teil fährt jetzt keiner durch die gegend jetzt sowieso nicht im moment geht ja gar nicht und vorher dann auch schon nicht und ja ist halt ein bisschen problematisch dann haben wir uns auch so ein paar gedanken dazu gemacht und haben auch ein bisschen bedenken gehabt dass man noch nicht mal mehr an händler vielleicht dann verkaufen können und aber jetzt haben wir mit unserem was kannst du mal erzählen mit unserem händler interessen wo auch der malibu dann angeliefert wird mit dem habe ich gesprochen und er nimmt den dann wohl auch in zahlungen es ist halt nicht das geld was wir uns versprochen haben durch den privatverkauf kannst du natürlich ein paar tausender mehr haben aber das ist dann halt so weil es geht halt im moment nicht man muss natürlich dazu sagen wir werden wahrscheinlich mehr zeit haben als wir gedacht haben weil ich glaube nicht dass unser auto pünktlich zum ende mai da sein wird weil im moment fiat produziert im moment nicht die die das werk ist zu was in slowenien ist wo der malibu ja ausgebaut wird war es auch keine also das wird wahrscheinlich länger dauern bis das auto kommt und dann können wir uns auch noch ein bisschen zeit lassen mit verkaufen ja also wenn ihr jemanden wisst also picolino steht noch bei uns zu hause wir würden uns natürlich über einen privatverkauf also natürlich freuen weil auch wenn der jetzt nach ins autohaus kult werden wir ihnen geben nach dresden wenn er da steht wird er nicht billiger also wie er jetzt ist und eher teurer und jetzt ist er noch wahrscheinlich günstiger zu haben als eben im autohaus und wenn ihr jemanden wisst könnt ihr gerne uns bescheid geben dann würden wir uns nach wie vor natürlich freuen wenn wir ihn eher privat verkaufen könnten als übern händler weil man natürlich dann auch extrem verlust einfahren wir sind schon runter gegangen mit dem preis und also aber wir würden uns freuen wenn es und wie vielleicht auch einen persönlichen austausch geben könnte ja und das waren dann unsere so gedanken wir hatten dann auch ein bisschen angst wie gesagt dass ein händler uns gar nicht mehr den picolino abnimmt dass alle irgendwie einen stopp machen oder so aber die haben gesagt nee also wenn wir ihn nicht verkaufen können dann nehmen sie ihn also auf jeden fall und so dass wir auch unseren malibu dann kaufen können ja das waren so ein paar tage ernsthafte gedanken bei uns ansonsten geht es uns gut also wir sind hoffentlich gesund ja also wir sind ja zu hause schon jetzt seit einer woche bin ich jetzt zu hause ab und an mal einkaufen aber dann auch mit schutzausrüstung gehe ich einkaufen weil ich nämlich meine mutter aus dem altersheim rausgeholt habe einige von euch wissen das ja schon und ich habe die schon zur grippewelle von der influenza kurzzeitig rausgeholt weil das so extrem im altersheim gewesen ist und dann kam eine woche später corona also ich hatte sie gerade drei tage wieder zurückgebracht und dann kam corona und dann habe ich wieder alles zusammengepackt und habe sie mitgenommen und das war auch wirklich gut so weil ein tag später hat nämlich das heim zugemacht und dann hätte ich nicht mehr hin gedurft und die vorstellung die möchte ich überhaupt nicht haben also das wäre für mich also so schlimm also ich hoffe dass sowas mal nicht passiert irgendwie also ich bin froh dass die mutti noch so halbwegs in der reihe ist dass ich das händeln kann und dass ich sie bei mir haben kann habe natürlich dadurch jetzt in zwölf stunden volltime job deswegen verzeiht mir wenn ich auf die eine oder andere mail nicht gleich antworte ich wenn ich zeit und ruhe habe dann schreibe ich aber im moment ist bei mir auch das ist schon eine ganz schöne umstellung wenn man so jemand mit pflegegrad 4 zu hause pflegt also aber trotzdem ich bin ich will mich nicht beschweren ich bin sehr 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 froh dass das so ist dass ich das so handhaben kann ja und ich habe im moment auch noch arbeiten ganz normal weil in der frachtfliegerei wird halt nun mal geflogen und ich hoffe dass das auch so bleibt ich fahre jetzt wieder eine woche nach hahn und kommen dann wieder nach hause und so werden wir das jetzt die nächste zeit versuchen zu machen ja wir haben uns jetzt darauf geeinigt dass michael also nicht länger als eine woche weg ist weil es auch ja bei mir mal und was sein kann mit der mutti dann bin ich ganz alleine und weiß überhaupt nicht was ich machen soll hab hund mutter zu hause und damals darauf geeinigt also höchstens eine woche im wechsel arbeiten dass ich wenigstens irgendwo dann ein bisschen unterstützung habe oder falls eben auch mal irgendwie was sein sollte dass dann noch eine hilfe da ist hoffen dass es alles gut bleibt bei uns bis jetzt haben wir alles gut durchgekriegt mutti auch und das wollen wir mal hoffen dass das so bleibt ja und jetzt wollten wir euch halt auch noch mal ein kurzes info video halt geben wie es bei uns eben so aussieht die lage mehr gibt es eigentlich gar nicht groß zu berichten wir hoffen dass man also also dass mir gesund durchkommen das hoffen wir für euch natürlich auch und ich hoffe natürlich für meine mutter also wie das sind auf dauer stattfinden soll das weiß ich noch nicht weil das corona ist ja nicht vorbei in zwei wochen drei wochen sondern es dauert ja so lange bis es dann mal impfstoff gibt und im heim ist es halt wirklich eine gefahr wie wir das handeln werden das weiß ich noch nicht genau es wird eine lösung geben aber wir warten jetzt mal einen tag nach dem anderen ab unsere großen urlaubs reisen dieses jahr haben wir alle gestrichen also es wird kurztouren geben dieses jahr aber keine größere tour und natürlich freuen wir uns auch auf malibu wollen uns die laune nicht ganz verderben lassen und freuen uns auch auf das auto läuft halt im moment alles ein bisschen aber das sind probleme ja also wir haben es echt gut wir wollen uns überhaupt nicht beklagen uns geht es verhältnismäßig also wirklich gut und andere werden größere probleme bekommen und haben und das ist also wir hoffen dass es nicht allzu groß die menschen und die kleinen betriebe wie sagt man außer gefecht setzt also das ist nicht so einen wirtschaftlichen kollaps bei uns in deutschland gibt und vor allen dingen für die kleinen selbstständigen und mittelständischen mittelständler das hoffen wir das wünschen wir uns und natürlich für euch ganz viel gesundheit passt schön auf euch auf bleibt schön daheim dass wir uns mal wieder sehen können alle und auch in diesem sommer vielleicht noch die eine oder andere kleine tour machen können alle dass man irgendwann wieder raus können in die in die freiheit die unter jetzt im moment erstmal genommen worden ist was ja auch gut ist und bleibt trotzdem noch schön zu hause auch so lange wie es geht um das ganze zu verlangsamen ja in diesem sinne habt eine schöne zeit trotzdem und ja wir sehen uns nach corona wieder irgendwie oder sobald ihr was sobald wir was neues wissen über unseren malibu dann werdet ihr das natürlich schnellstmütig erfahren unser hund will raus also ganz ganz liebe grüße und bis bald und ja gesund bleiben ja also macht's gut ihr lieben tschüssi tschüssi tschau